komm her dann schieß ich eben auf dich die sau will nicht herkommen kann ich dich jetzt schützen? nein ich kann dich in die luft jagen das sollte mir reichen reichen da habe ich schon da habe ich schon wieder eins von diesen Dingen übersehen lade bitte um wo ich sollte auf jeden fall aufpassen wohin ich gehe ja wieder ein raum dessen beschriftung ich nicht lesen kann was zuhörte war das ach so ich kann nicht weil da zwei sachen auf einem feld sind oh du bist da jetzt so problem ist auch dass ihr langsam die energie ausgeht mh 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 ja das führt da hin und das führt mich hier hin zu noch einer tür aber jetzt habe ich gerade keinen schlüssel mehr das hat sich gerade relativiert ich finde es lustig wie viele secrets hier sind guckt mal wenn ich teilweise überlege wie wir rum wie wir äh secrets gefunden haben aber noch nicht die hälfte geschafft haben obwohl wir schon so tief im dungeon waren und jetzt werden wir gerade mit secrets zugebombt das ist auch cool ja so reißen wir die wand einfach mal schnell ein ja jetzt habe ich wieder was aufgemacht das hier nö das war schon ich glaube meine gruppe muss bald mal rasten nahrung haben wir ja noch genug ein dream key ein amethyst health regeneration food consumption protection vitality das hast du doch glaube ich auch schon an ja was trägst du higher attack power also nicht so wirklich sinnvoll ein mindstone weil du hast ja den ultimativen ring also ja nehmen wir das einfach mal mit das ding so und wir haben jetzt wieder zwei dream keys gut ich glaube da hätten wir auf jeden fall gebraucht da kommen wir noch nicht rein ja da ist der weg dann da rum okay okay nächster dream key schlüssel jetzt gehe ich aber nochmal zurück und gucke mal ob ich irgendwo was geöffnet habe was mir so direkt nicht bekannt vorkommt ja das habe ich auf jeden fall schon geöffnet gehabt oh hier habe ich was geöffnet ja gut Jawohl, jetzt habe ich alles aufgemacht. Nullstone Bracelet. Nicht so toll. Mirror of Imitation. Nicht so toll. Wieder Gnome Stone. An Emulet of Warding. Hm? Guardian Staff. A Battlemage Weapon is summoned in front of the party. Only one may be summoned. Okay. Okay. Ja, das heißt. Wie viel Mana kostet 200? Das von habe ich noch nicht genug. Also regenerier mal. Nein. Okay, das heißt, wenn ich mich da schlafen lege, komme ich wirklich zurück. Dann trinken wir einfach die. Was ist das für eine Waffe? Attack Power 60, Ecuracy, Speed, Energy, Willpower, alles durch die Reihe. Okay. 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 Power Power plus 3 und aber kein plus energy. Doch, plus 70 energy. Na, da finde ich den da trotzdem besser. Und ein Psyonic Blade. Okay. Nett, dass wir die Schatzkammer öffnen konnten. So. Hm. Was haben wir hier jetzt? Wieder so ein Raum. Also hier ist dann Sackgasse. Das heißt, ich komme dann nachher nur noch hier durch. Ah ja. Da hinten will ich auf jeden Fall hin. Ich habe nur die Befürchtung, dass da wieder ein Port im Weg ist. Nee. Und ich muss dran denken, dass ich auch die Wände abchecke. Nicht nur den Innenraum. Da bin ich reingekommen. Okay. Das war jetzt ein Port. Mhm. Ich habe mir noch nicht merken können, auf welchem Feld. Ich glaube, das Feld da oder das da. So. Hier rum. Zum Glück hatte ich noch mehr als genug Amethysten. Aber jetzt wird langsam das Zeug ein bisschen knapp. Muss ich ehrlich zugeben. Hm. Also ja, ich mache hier mal ein Quicksave. Und gucke mal kurz, wo der Teleporter ist. Der müsste hier sein. Ja. Okay. Portfeld meiden. Komm. 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 Also hier ist der Port mal wieder. So. Das heißt, ich kann hier nochmal durch. Da war der Port. Da ist kein Port. Okay. Okay.